Hallo Fans und Freunde, der Vienna zu einem feinen und blauen Stündchen. Ja, die Saison in der zweiten Wiener Landesliga, die ist vorbei und unsere Vienna, die ist rauf am Weg in die Wiener Liga. Tja, was hat sich sonst noch getan in letzter Zeit? Der Vienna Fanbook ist erschienen. Danke für eure durchwegs positiven Resonanzen auf dieses Fanfotobuch. Es gibt nur mehr wenige Restexemplare, also haltet euch ran, wenn ihr noch keines habt, dass ihr eines dieser auf 100 Stück streng limitierten Fotobücher bekommt. Denn das wird sicherlich mal ein Sammlerstück werden. Danke an Wettforum.dottinfo, dass ihr mich so unterstützt habt. Wettforum, das ist kein Wettanbieter, sondern eine Plattform für Analysen, für Diskussionen, für Freunde der Sportwetten. Da gibt es immer wieder auch Tipps für Wettanfänger, für Wettprofis. Da gibt es die täglichen Live-Tipps und ja, schaut einmal einfach vorbei. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Jetzt gibt es ein 20-Jahr-Special. Es gibt auch Vergünstigungen bei verschiedenen Wettanbietern, für Forumsmitglieder. Also schaut rein und informiert euch. Am 17. Juli, meine Lieben, da ist es endlich wieder so weit, da sehen wir unsere Kampfmannschaft auf der Hohen Warte spielen. Und zwar ist es das Freundschaftsmatch gegen den 1. FC Union Berlin. Sichert euch rechtzeitig eure Karten, bevor alle weg sind. Am 27. und 28. Juli rufen die Vienna Supporters ins Stadion auf die hohe Warte zum Ausmalen. Ab 10 Uhr könnt ihr unser Stadion verschönern. Auch am Samstag, den 27. Juli, gibt es das 16. Wildos-Kleinfeld-Turnier. Der Roli hat da wirklich ein ganz tolles Fan-Turnier aufgestellt. Mit Grillerei, mit Spielspaß, Spannung für die ganze Familie und tollen Preisen zum Gewinnern. Meine Lieben, unsere Kampfmannschaft ist in der wohlverdienten Sommerpause. Pause gibt es aber hier keine auf Kammern-Wiener. Da geht es jetzt mit Fangesprächen weiter. Also bleibt dran, informiert euch, schaut vorbei, abonniert den Kanal, Glocke drücken, damit ihr wisst, wann ich wieder ein Video online stelle. Und natürlich schaut auch bei Facebook, Instagram und Twitter vorbei. Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns recht, zahlen euch. Und bis dahin, Kammern-Wiener. Und bis dahin, Kammern-Wiener.